Ja hallo, herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung vom Salon de la Critique. Wir freuen uns, dass wir heute Thomas Ebermann und Jutta Dittfuth begrüßen können. Oha. Ich mache mal direkt weiter. Genau, Thomas Ebermann ist Autor, Publizist und Dramaturg und hat jahrelang gemeinsam mit Rainer Trampard satirische Lesungen veranstaltet. Wir konnten ihn schon mehrfach bei uns im Salon de la Critique begrüßen mit wechselnden Mitstreitern. Heute mit Jutta Dittfuth. Sie ist Sozialwissenschaftlerin, Politikerin, Aktivistin für Feminismus, Ökosozialismus und Antirassismus. Bekannt als Mitbegründerin der Grünen, wo sie 1991 ausstieg und die Partei Ökolinks mitgründete. Beide sind seit Jahrzehnten aktiv in der außerparlamentarischen Linken und werden heute einen Dialog, eine Auseinandersetzung zu den aktuellen Zuständen darbieten, liefern. Wir freuen uns, wenn ihr auch im Anschluss euch noch beteiligen wollt, dann kann ich mit dem Mikro rumgehen. Genau, wenn ihr euch noch einmischen wollt. Ansonsten wollen wir die Veranstaltung aufzeichnen. Also für alle, die nicht irgendwie erklingen wollen, sagt bitte kurz Bescheid, dann können wir das rausschneiden. Viel Spaß. Das letzte Mal habe ich Jutta vor rund zwei Jahren gesehen, zum 3. Oktober, zum 30. Jubiläum der Deutschen Wiedervereinigung. Und eben haben wir noch geklärt, wann wir uns das erste Mal begegnet sind. Das war kürzlich, also 1978, vor den Toren Brockdorfs. Wir waren beide voneinander sehr beeindruckt. Und diese Zuneigung hält an. Auch falls wir streiten sollten, diese Zuneigung hält an. Und wir haben abgemacht, dass jeder eine halbe Stunde am Anfang macht, dann ist freie Aussprache mit euch. Und wenn ihr zu schüchtern seid, dann machen wir freie Aussprache untereinander. Unser Thema steht ja in der Ankündigung, das sind die herrschenden Zustände. Also unser Thema ist irgendwie alles. Das erlaubt und zwingt uns zu einer Auswahl, was ist dignifikant, was ist neu, was ist von schwerem Gewicht oder was beschäftigt mich, was treibt mich um, bis an die Kante der intellektuellen Überforderung. Sinnlos die Verzweiflung zu leuchten, formulierte Herbert Marcuse 1977 und das Zitat geht weiter. Sinnlos die Verzweiflung zu leuchten in einer geschichtlichen Situation, in der die elende Realität nur durch die radikale politische Praxis verändert werden kann, aber diese Praxis in Ermangelung gesellschaftlicher Potenziale versperrt ist. Also das Grauen und seine Steigerungspotenziale nicht leuchten und dennoch das apokalyptische Graune der Rechten, das ihnen überlassen werden muss, nicht mitzurauen, das nehme ich für meine halbe Stunde heute als Motto. Nicht überraschend beginnt mit dem Krieg. Verfechtend will ich, dass, so sicher und unentschuldbar vom russischen Angriffskrieg zu sprechen und dieser zu verurteilen ist, eine, wenn auch wirkungmächtige Linke sich keinem weltpolitischen Lager zuordnen darf, um den Preis ihrer Selbstabschaffung nicht Partei ergreifen, sondern analysieren muss. Alles andere wäre Übernahme von Propaganda und Lüge. Als Kritiker des Nationalismus, also als Kritiker einer Welt, die wie selbstverständlich in immer ökonomisch und manchmal kriegerisch konkurrierende Nationalstaaten aufgeteilt ist, als Kritiker dieser materiellen Wirklichkeit und eines überwältigenden Mehrheiten prägenden nationalen Bewusstseins, lasse ich mir diese Kritik nicht auf Verweis durch ihre Randständigkeit ausreden. Ich weiß, dass mein Antinationalismus ebenso wie der Pazifismus als hilflos und naiv denunziert wird, wenn er nicht gerade als Wegbereiter des Mordens denunziert werden kann, weil er, wie man früher sagte, die Massen nicht ergreift. Weder lasse ich mir das Grauen des Krieges ausreden durch die wachsende Zahl von Propagandasendungen mit heroischen Erlebnissen, noch lasse ich mir ausreden, dass Waffenlieferungen in jedwede Krisenregion historisch das Morden stets nur gesteigert haben. Und ich weigere mich, Deutschland zu denken und Deutschland zu behandeln wie irgendeinen mächtigen Staat, also als das, was in der bürgerlichen Doktrin als normal gilt. Die Historisierung des Nationalsozialismus, also die Behauptung dieser Habe für die Gegenwart keine Bedeutung, Der Anspruch, dass deutsche Beschränkungen hinfällig seien, dass die begrenzte nationale Souveränität ad acta zu legen sei, ist in der Welt seit der deutschen Wiedervereinigung, seit diese vollzogen wurde. Aber natürlich ist der Prozess der Abstreifung aller Restriktionen in kleinsten, in kleinen, in großen, in gewaltigen Schritten seit über 30 Jahren vollzogen worden. Und wie heute über Führungsrolle Deutschlands gesprochen wird, das war zwar in dieser Tendenz gewiss angelegt, und ich finde, es erschüttert im Konkreten doch immer wieder. Wie andere Erscheinungen der Zeitenwende auch erschüttern. So ein 100 Milliarden Zusatzrüstungsprogramm oder die Erfüllung des 2% vom Bruttosozialproduktrüstungsgebots der NATO. Die ideologische Begleitmusik zur auch gedanklichen Abstreifung eines besonderen Deutschlands, einer Singularität seiner Verbrechen, ist die Pluralisierung des Nationalsozialismus auf alle möglichen Verbrechen. Dann ist Putin Hitler, wie es vor ihm schon Saddam Hussein oder Milosevic waren, dann ist einfach Vernichtungskrieg und Völkermord und Genozid und Zivilisationsbruch und einiges mehr alles falsche Charakterisierung der russisch-grausamen Kriegspolitik. Übrigens so falsch, wie die Belegung westlicher Kriege mit solchen Vokabeln der Relativierung des Nationalsozialismus auch immer falsch gewesen sind. Kurz gesagt, ich bin auf der Seite der Drückeberger, der Weicheier der Ängstlichen und der Repräsentanten jener Vernunft, die das Opfer des eigenen Lebens für die Zwecke des Vaterlandes verwirft. Ich bin also auf der Seite jener, die Russland verlassen, wenn sie nicht protestieren, was auch sehr gut ist, um nicht Soldat werden zu müssen, denen man in hiesiger Propaganda schmeichelt, die man aber nicht hier haben will. Und ich bin auf der Seite vieler, und ich gebe zu, ich weiß nicht, wie vieler ukrainischer Männer mit ihrer Sehnsucht, mit ihren Frauen, Kindern, Partnern oder eben auch als Singles zu fliehen, abzuhauen, zu entkommen, zu desertieren. Zur Analyse gehört sicher die Beobachtung, dass das Projekt Europäische Union als Instrument des Kampfes gegen die USA, wie wir es in so vielen Texten herausgearbeitet haben, als das deutsche Schlüsselanliegen an die EU, vorläufig oder für einen längeren Zeitraum oder für fast immer erledigt scheint. 2022 ist ja das Jahr der Reintegration des Westens. All dieser Schulterschlüsse, wo ganz schön viel Bruch und Zerwürfnis war, wo Hinfälligkeit und Hirntod bescheinigt wurde, etwa der NATO. Es handelt sich um Reintegration ohne Aufhebung der zwischenstaatlichen Konkurrenz selbstverständlich. Wir leben in Zeiten einer Drohung, die ökonomisch von ganz anderer Dimension wäre als die Sanktionen von und gegen Russland. Ich lese und notiere, welche Einbrüche zum Beispiel die deutsche Wirtschaft bei einer Zerrüttung des Verhältnisses zu China erlebte. Die einen sagen das 18-fache, die anderen das 30-fache. Und ich beobachte, dass die USA diese Zerrüttung für unausweichlich betrachten, ihre Kräfte auf diesen Konflikt konzentrieren. Ich lese, wie die größten deutschen Konzerne, zum Beispiel der Automobilindustrie, real immer noch gigantische Investitionen in China tätigen. Und zugleich wird politisch diskutiert, ob deutsche Distanz zu oder geringere Abhängigkeit von China erforderlich sei, ausgefochten gerade an dem Streit um den möglichen Verkauf von kleineren Anteilen des Hamburger Hafens an einen chinesischen Konzern. Vielleicht ist ein Krieg um beziehungsweise gegen Taiwan der Anlass. Vielleicht ist der Anlass ein anderer, irgendwelche Inselgruppen, deren Namen wir bislang noch nicht gelernt haben. Es ist eine Belästigung meines Lebens und meines Intellekts, dass ich jetzt sogar Artikel lese, die die Stellung der chinesischen Kommunistischen Partei zu Taiwan und den Wandel der taiwanesischen Staatspolitik in der Ein-China-Doktrin kenne, um auch noch beantworten zu dollen, ob es provokatorisch oder richtig gewesen ist, dass Frau Pelosi nach Taiwan gereist ist. Ich will diesen ganzen nationalistischen Dreck und seine Details eigentlich gar nicht wissen, aber ich muss das wissen oder in politische Rente gehen, was ja auch nicht die allerschlechteste Alternative ist. Aber der russische Überfall auf die Ukraine lehrt uns doch sowieso, dass all die geostrategischen Studien, gerade auch in linken Zeitschriften und Zeitungen, die eine Aggression des Westens gegen Russland prognostizierten, so grundlegend falsch waren, dass wir mit der Raterei, wer wen wann wohl überfällt, vielleicht ganz aufhören sollten oder vorsichtiger zurückhaltender sein, jedenfalls kein Gut und Böse, kein Aggressiv versus Friedliebend konstruieren sollten, wenn reaktionäre Formationen der Weltpolitik aufeinander losrasen. Je mehr die kühlen Experten in den Talkshows mir erklären, man solle keine Angst vor dem Atomkrieg haben, das wolle der blöffende Putin doch nur, dann sei man doch erpressbar, desto begründeter erscheint mir die Panik, die mich manchmal befällt und dann lese ich unter anderem über die Antiquirtheit des Menschen. Wir leben ja in einer Zeit zusammenbrechender Versprechungen. Der oft verlogene Optimismus erfährt jeden Tag Dementi. Erst kürzlich rechneten die zuständigen Abteilungen der UNO vor, wie der Hunger in der Welt im Zwischenschritt halbiert und in absehbarer Zeit gänzlich verschwinden werde. Nun, als sei irgendwie irre nun mal menschlich, lesen wir in kurzer Zeit würden mindestens 180 Millionen Menschen mehr hungern, vielleicht werden es auch mehr und vielleicht werden sie auch verhungern. Dem Krieg in deutscher Sprachregelung, also Putin, wird nicht ganz und gar zu Unrecht ein Anteil an dieser Zahl der Hungern, der Hungernden aufgebürdet. Wir wissen ja von der Bedeutung der temporären Lieferausfälle aus der Ukraine und Russland und zugleich absichtsvoll viel zu viel aufgebürdet. Die explodierende Zahl der Hungernden geht schließlich auch zurück auf einige westlich initiierte Kriege. Sie geht auch zurück auf die Pandemie. Eine Pandemie, die ja selbst als tiefste Ursache das Vordringen industrieller, profitorientierter Landwirtschaft in bis dahin sogenannte unberührte Natur hat, sich also mal milder, aber gewiss auch mal verheerender wiederholen muss, nicht vorbei ist. Sie geht auch zurück auf Landgrepping, die Enteignung kleinbäuerlicher Existenz. Die Hungersnöte gehen auch zurück auf die Ausrichtung agrarisch nutzbarer Flächen, auf den Bedarf der zahlungskräftigen Bedürfnisse der reichenden Nationen und Weltgegenden. Und sie geht selbstverständlich und von herausragender Bedeutung zurück auf den Klimawandel beziehungsweise die Klimakatastrophe. Ob wir über die in Europa austrocknenden Flüsse sprechen oder das Schrumpfen des größten chinesischen Süßwassersees auf ein Viertel seiner Fläche, wodurch Stromerzeugung per Wasserkraft sich minimiert und kompensierend Kohleverbrauch zur Stromerzeugung eingesetzt werden musste, ob wir die Wasserrationierung in den USA anführen oder nach Pakistan blicken, wo die verheerende Flut ein Drittel der Landfläche erfasst und 30 Millionen Menschen von zerstörten Anbauflächen betroffen sind. Christian Zeller schreibt, sich auf die Fachzeitschrift Science berufend oder die gleichen Fakten erfahren wir aus dem Wissenschaftsteil der Frankfurter Allgemein, dass von den Regierungen gegenwärtig Vorgesehene, also das Versprochene, dessen Realisierung ja immerhin ungewiss ist, führe bis zum Ende des Jahrhunderts zu einer Erderwärmung zwischen 2,7 und 3,5 Grad. Der eingeschlagene Kurs wird bereits in näherer Zukunft viele Gebiete der Erde unbewohnbar machen. Zwei bis drei Milliarden Menschen, vor allem in den ärmeren Regionen der Welt, werden ihren Wohnort verlassen müssen. Die reichen Gegenden planen für sich bekanntlich schwimmende Städte, von denen wir nicht wissen, ob das gelingt. Entscheidend ist auch gar nicht, dass wir jede Prognose in ihrer präzisen Ausgestaltung teilen oder adaptieren. Entscheidend ist, dass wir die Tendenz begreifen, die in der Tatsache liegt, dass der CO2-Ausstoß sich weltweit eben nicht absenkt. Im Gegenteil, dass die Internationale Energieagentur für 2023 den historischen Höchststand der globalen Emission von Treibhausgasen prognostiziert. Man muss wirklich kein ausgefuchster Empiriker sein, um zu erkennen, dass die Pariser Klimaziele oder die wohlfeilen Worte der Glasgow-Konferenz von vor Jahresfrist komplett Makulatur sind. Oder höchst tätig praktischer Mithilfe der deutschen Staatspolitik zu unrealistischem Quatsch degradiert sind. Der Green New Deal hat ja einen Doppelcharakter oder eine Doppelfunktion. Erstens adelt er seine Propagandisten, die eigentlich nur eine tiefgreifende Modernisierung des Kapitalismus, die Erschließung neuer Felder der Mehrwertproduktion, die Revitalisierung der Kapitalakkumulation zum objektiven Anliegen haben, zu Menschheitsbeglückern, zu Menschheitsrettern, zu Heiligen fasst. Und zweitens kann er sein Versprechen nicht halten. Weil der Wachstumszwang des Kapitalismus, sein unbändiger Hunger nach zu verwertenden und zu vernutzenden Rohstoffen, für die er den Erdball wieder und wieder umgräbt, mit ihm unauflösbar verknüpft ist. Vor rund 35 Jahren formulierten Rainer Trampart und ich in einem gemeinsamen Buch und Jutta kann sehr Ähnliches und Identisches aus dieser Zeit von sich zitieren, schrieben wir, die Menschheit zerstört gegenwärtig ihre natürlichen Lebensgrundlagen. Diese Zerstörung hat offensichtlich mit den inneren Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus zu tun, seinem Zwang zu Wachstum, Akkumulation und Profit. Um dieser Zerstörung Einhalt zu gebieten, muss der Kapitalismus selbst überwunden werden. Die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit erfordern einschneidende Veränderungen in der Produktion und damit in den Konsumgewohnheiten der Mehrheit der Menschen. Das geht mir mit diesem Zitat, das hier endet, wirklich nicht um so eine lächerliche Behauptung. Wir hätten vor gut 35 Jahren schon alles gewusst. Das stimmt auch nicht. Stofflich haben wir zum Beispiel viel stärker auf die zerstörerischen Wirkungen der Atom und ganz besonders auf die zerstörerischen Wirkungen der chemischen Industrie unsere Aufmerksamkeit fokussiert. Die Dimension des Klimawandels war in vielen, auch in unseren Schriften, damals eher eine vernachlässigte und so weiter zeitbedingte Unkenntnis oder Überforderung eben. Aber gut war das, weil es, was bis heute von zentralster Bedeutung ist, gut war es, weil wir über die Kritik der nur zur Marktwirtschaft gehörenden Bedürfnisse nach einem anderen Begriff gesellschaftlichen Reichtum suchten. Einem, der dem bestehenden Reichtumsbegriff der konsumtiven Möglichkeiten als Entschädigung für Entsagung, Arbeitsamkeit und Fleiß antagonistisch, unversöhnlich gegenüberstand. Einem Reichtumsbegriff, der arbeitsfreie Zeit haben, Müßiggang wertschätzen und zu Naturgenuss befähigen sollte, in den Mittelpunkt rückte und also die Verringerung oder Abschaffung der ganz und gar Unsinnigen, der verzichtbaren Sektoren der Dienstleistung und Güterproduktion, wie wir sie heute sehen, thematisierte. Dieser andere Reichtumsbegriff ist auch heute sowohl ökologische Notwendigkeit als antiasketisch und genussorientiert. Weder die soziale Gerechtigkeit noch der ökonomische Klassenstandpunkt reichen für diese Problemstellung aus. Natürlich in einer Klassengesellschaft werden in einer ökonomischen Krise, wie wir sie haben, die unteren Schichten der Gesellschaft ärmer. Das ist unverrückbar so. Umkämpft ist nur das Ausmaß, die relative Abfederung oder die Krassheit der Verarmung. Auch das instrumentell vernünftige Subjekt, also sowohl der Staatspolitiker als auch die Untertanen, die reden und denken, als wären sie der Staat, geben zu Protokoll, dass einiges umweltpolitisch wünschenswerte, aber auch menschenrechtlich wünschenswerte nun zurückgestellt werden müsse. Die Grünen und ihre Wähler sind richtig stolz auf das Brechen von allerlei Wahlversprechen und Koalitionsvereinbarungen, da diese Brüche ja gerade die Flexibilität und Reife des modernen Subjekts bezeugen. Aufgezwungen, wie man dann immer sagt, durch Putins Schuld. Man verheimlicht ja gar nicht, dass es den unteren Schichten ökonomisch schlechter gehen wird, aber man sagt in Maßen und die Form, diese schrecklich typisch deutsche Form in der Tradition von Volksgemeinschaft und Sozialpartnerschaft wird seit diesem Sommer wieder ganz offiziell die konzertierte Aktion. Also die große Gemeinsamkeit von Staat, Unternehmerverbänden und Gewerkschaften, die miteinander ringende Ausgewogenheit, die sich um die Sorgen der privaten Gastkunden und die Stellung Deutschlands in der Weltmarktkonkurrenz gleichermaßen kümmert, scheinbar, wirklich nur scheinbar. Denn real ist die höchste Priorität natürlich die Meisterung eines tatsächlichen, für die Weltmarktkonkurrenz nicht unwichtigen Problems. Denn der relative Nachteil der Deutschland mit seinem hohen Anteil industrieller Produktion an der Nationalökonomie wirklich trifft, wenn das Privileg des besonders billigen Gases aus Russland wegfällt, muss schon kompensiert werden mit nationaler Subvention des industriellen Verbrauchs. Auf diese 200 Milliarden blicken so viele ärmere europäische Staaten, zu deren Sprecher sich in diesen Tagen Frankreich gemacht hat, deren Finanzkraft mit solcher Dimension nicht mithalten kann, begründet sorgenvoll. Sie beklagen Deutschen Alleingang und bekommen die kalte Schulter gezeigt, übrigens auch von den Gewerkschaften, die dieses 200 Milliarden Paket begrüßt haben. Das sind hier natürlich komplett verkürzt angedeutete Probleme der Staatspolitik oder des ideellen Gesamtkapitalisten. Eine linke Position, will sie nicht selber deutschnational sein, kann in diesen Händen nie auf der Seite des eigenen Staates und der eigenen Wirtschaft stehen. Im Gegenteil, eine gewisse Freude über potenzielle oder mögliche Niederlagen und Ruine muss ihr eigen sein. Schließlich rettet, sagen wir, wenn die Lufthansa untergehen sollte, das Arbeitsplätze, nur eben nicht in Deutschland, sondern woanders. Gegen den, nennen wir ihn mal, umsichtigen deutschen Regierungsnationalismus erhebt sich gerade wieder das notorisch bekannte, erprobt wahnhafte und offen wohlstandschauvinistische. In den neuen Bundesländern sichtbar, mit komplett von rechtsradikalen geprägten Demonstrationen. In Niedersachsen sichtbar, durch die Verdoppelung der AfD-Stimmen bei der Landtagswahl. Diesmal wird der Klimawandel geleuchtet, die Drahtzieherschaft aber der USA, die unsere gute Freundschaft mit den Russen um des eigenen Vorteils willen einfach mal so zerstören, kann weiter behauptet werden und damit auch, dass die deutsche Staatspolitiker aus Washington gesteuerte Marionetten sind, dass der deutsche Mittelstand, das deutsche Handwerk und was sonst noch alles goldenen Boden haben soll, existenziell geopfert wird, weshalb alle Sanktionen zurückzunehmen seien. Die Demonstranten teilen diese Ausrichtung mit Frau Weigel und Frau Wagenknecht, aber das ist ja nicht neu, das hatten wir schon bei Corona und Pegida. Ich erlaube mir, den Komplex des Wahnhaften recht kurz zu behandeln, weil er gut erforscht und dokumentiert ist durch viele Bücher und Broschüren, mit Studien zur Zusammensetzung des Querdenkermilieus, durch Auseinandersetzungen mit Wahnvorstellungen und Verschwörungstheorien. Und wir wissen ja um die so zutreffende Feststellung etwa Umberto Eccos, der den Urfaschismus als Irrationalismus definiert oder Giorgi Lukacs, der die Zerstörung der Vernunft als Vorboten oder Wegbereiter des Faschismus herausgearbeitet hat. Und wir wissen aus historischer Erfahrung und heutiger, aus aktueller Beobachtung, dass abseitiges Irres, verrücktes, pathogenes, eben noch isoliertes zur Mehrheit und zur Macht gelangen kann. Deshalb und in Kenntnis von Bolsonaro und Trump fürchten wir den Wahn und trösten uns nicht mit der Wirrköpfigkeit seiner Träger. Von für herausragender Bedeutung halte ich die Tatsache des Regierungsantritts von Giorgia Meloni und den Brüdern Italiens. In einem sogenannten europäischen Kernland stellen die Nachfolger Mussolinis die Regierungschefin. Und zwar gewählt, ganz ohne Schüsse und ganz ohne Marsch auf Rom. Der demokratische Faschismus. Also ohne Verbote von gegnerischen Parteien, Gewerkschaften, Medien, alles wird diskriminiert, aber nicht verboten, eine besondere Form des Faschismus, der die schon immer falsche, schroffe Gegenüberstellung von Demokratie und Diktatur ins Wanken bringt, scheint angesichts der vielfältigen in Krisen eine gangbare, eine möglicherweise erstrebenswerte, ehrbare Möglichkeit. So ist der antifaschistische Mythos Italiens, der von nach 1945 natürlich entfällig, aber auch und bitte beachtet das, der deutsche bürgerliche Konsens, etwa die Ablehnung von Postfaschisten in Regierungsämtern. Die FAZ, das Sprachrohr der deutschen Bourgeoisie, hat nicht nur jede Kritik an Meloni und ihren Koalitionspartnern zurückgewiesen. Ich zitiere, mit den Wahlen vom Sonntag ist Italien zur politischen Normalität zurückgekehrt, Zitat Ende, sondern die FATS ist des Lobes voll. Zitat gewonnen hat Meloni mit Themen, die nicht nur in Italien viele bürgerliche Wähler bewegen. Begrenzung der Migration, Betonung der traditionellen Familie und Steuersenkung. Ich bin überzeugt und ich bin überzeugt, dass ich in diesem Punkt nicht alarmistisch übertreibe. Im Bürgertum wird diskutiert, ob ein im ersten Zug demokratischer Faschismus die angemessene Form der Krisenbearbeitung in absehbarer Zukunft sein könnte. Ist Meloni gegen Putin ja? Ist sie für NATO und Aufrüstung ja? Will sie aus der EU raus? Jetzt nicht. Sie braucht das Geld, na dann ist doch alles gut. Und die CDU-Schwester Forza Italien tut gut daran, als Juniorpartner in dieser Regierung zu arbeiten, das ist der Tenor. Was wir nicht wissen oder was wir nicht zu berechnen wagen, ist ja oft, ob in konkreter historischer Situation der rechtsradikale Wahn oder die kühle instrumentelle Vernunft mehr Opfer, mehr Tote verantwortet. Da konkurriert die hochrassistisch aufgeladene Dämonisierung flüchtender Menschen in rechtsradikaler Attitüde mit einer fast rassismusfreien Berechnung, dass Europa halt Festung sein müsse, weil sonst zu viele unproduktive Esser unser Standortbudget über Gebühr belasteten. Da konkurrieren die wahnhaften Corona-Querdenker, deren Impfgegnerschaft natürlich Todesopfer gekostet hat und weiter kostet, mit den kühlen Streex und Schmidtschanersitz und Gassens und Politikern, die die Nichtüberlastung der Intensivmedizin und das Funktionieren der kritischen Infrastruktur als Maßstäbe und also eine beherrschbare Zahl an Toten zum akzeptablen Kollateralschaden definieren. Das ist kapitalistische Ideologie im Namen von Freiheit und Wohlstand eben. Die Gegner der Rechten, die Gegner der Queerdenker-Demonstrationen heißen oder hießen an diesem Wochenende solidarischer Herbst. Veranstalteten gerade die Demonstrationen am Samstag in Berlin, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart und Dresden, die Teilnehmerzahlen enttäuschten die Veranstalter, las ich und dann sagt man natürlich trotzdem, das ist ein Riesenerfolg und Wohl wird getragen von einem ansehnlichen Ausschnitt dessen, was man in Deutschland Zivilgesellschaft nennt. Also dem DGB und einigen Einzelgewerkschaften, ATAK, BUND, Kampakt, Finanzwende, Greenpeace, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Volkssolidarität, Arbeiterwohlfahrt, Mieterbund, Friday for Future, Leave No One Behind, VCD, WWF und einiges mehr. Ich habe lange gegrübelt, warum fehlt der ADAC? Wenn ich den Demo-Aufruf nun politisch ernst nehme, artikuliert er die Sehnsucht nach Sozialpartnerschaft und dieser verfluchten, konzertierten Aktion, die wir seit diesem Sommer haben, indem ihn als größte Sorge umtreibt, die Gesellschaft könne auseinanderbrechen und gespalten werden. Linke, um das noch ein allerletztes Mal zu erwähnen, nehmen die Gesellschaft als in Klassen Gespaltete wahr und wollen diese Spaltung zu Bewusstsein bringen. Man könnte auch sagen, der Aufruf ist die Unterstützung des gewerkschaftlichen und grünen sozialdemokratischen Teils der konzertierten Aktion, also irgendwie verbal gegen die Arbeitgeberseite gerichtet und parteipolitisch vielleicht auch gegen die FDP, vor deren Zentralen man so gerne demonstriert. Beschwiegen werden im Aufruf zwei große politische Felder. Erstens findet sich wirklich kein Wort gegen die gigantischen neuen Rüstungsprogramme, keines gegen Waffenexporte in Krisenregionen, keines gegen die augenscheinlichen Krisengewinnler aus der Rüstungsindustrie, außer dass man sie zur Solidarität verpflichten will, das heißt ja, wie wir wissen, anständig besteuern. Und zweitens findet sich ebenfalls kein Wort über die ökologischen Verbrechen der deutschen Staatspolitik. Kein Wort zu Kohleabbau, Kohlekraftwerken, Frackinggas, Bau der bekannten Terminals oder der deutschen Politik für seine Automobilindustrie und so weiter und so fort. Das alles ertrinkt in der jedem demokratischen Parteiprogramm-Innewohnenden-Phrase, wonach die Weichen zu stellen seien, um die Abhängigkeit von fossilen Energien zu beenden. Und, dass man das Soziale und Ökologische nicht gegeneinander ausspielen dürfe. Was vorkommt, ist natürlich die Auflistung eines Katalogs von guten Vorschlägen, gegen die ich hier wirklich nichts gesagt haben will. Im Gegenteil, die ich sogar plachte mich, plachte mich auch noch dieser reformistische Eifer so vieler Umbauautoren, könnte ich das um 10 oder 50 oder 100 Richtigkeiten leicht und locker erweitern. Also alles, was vorkommt, ist Mietenstopp, höheres Bürgergeld, 500 Euro Soforthilfe, Nachfolger fürs 9-Euro-Ticket, Ticket ein Schutzschirm für die Daseinsfürsorge, eine nachhaltig bezahlbare Grundversorgung, Energie, Mobilität, Ernährung, Wohnen, kulturelle Teilhabe muss bezahlbar bleiben, Investitionen in alles Klimafreundliche gesteigert, dafür die Übergewinnsteuer eingeführt, die Schuldenbremse abgeschafft und also die Wende in Finanz- und Haushaltspolitik vollzogen werden. Meine Güte, diese Sehnsucht gut beherrscht, Entschuldigung, diese Sehnsucht gut regiert, würden die sagen, zu werden und die Sorge schlecht beherrscht oder regiert zu werden, spitzt sich in diesem Aufruf zu, zu einer bemerkenswerten Formulierung. Sie postuliert nicht nur das Ideal eines durch und durch guten Kapitalismus, sondern kettet unser aller Gemütszustand, unser aller seelische Befindlichkeit an die Qualität unseres Herrschaftspersonals. Ich zitiere also wirklich wörtlich, im Aufruf heißt es, die Ampel hat es in der Hand, wie dieser Winter wird. Einer der Verzweiflung und Wut oder einer mit neuer Zuversicht für eine sozial gerechtere, ökologische und lebenswerte Zukunft. Tja, liebe Besucher hier in Kreiswald, da habt ihr mal die Wahl, wofür ihr so sein wollt. Mehr so für Wut und verzweifelt oder doch lieber für Zuversicht und lebenswerte Zukunft. Sollten ein Paar im Saar der Erkenntnis frönen, der Kapitalismus hat objektiv keine gerechte, ökologische und lebenswerte Zukunft im Angebot, naja, dann schlage ich vor, kommt doch zu Jutta und mir, ist recht einsam in der Ecke, aber man wird jedenfalls nicht blöde. Dankeschön. Das war witzig. Ich weiß nicht, ob wir wirklich so einsam sind. Das ist so lustig. Guten Abend erstmal auch von mir. Es ist so lustig. Wir kennen uns jetzt wirklich 44 Jahre und wir sind noch älter, weil wir uns ja als Erwachsene kennengelernt haben. Und das ist jedes Mal, wenn wir Veranstaltungen zusammen machen, so, dass wir eigentlich voneinander vorher und irgendwie auch zu faul sind, das abzusprechen, wie wir uns was aufteilen, weil wir auch irgendwie so eigenbrötlerisch und dickköpfig sind, dass wir denken, wir machen das schon irgendwie sowieso, wie wir wollen. Und dann passt das trotzdem immer. Ja, das ist sehr merkwürdig. Ich habe nämlich die Passagen, die bei dir vorkamen, die ich auch vorhatte, sowieso schon rausgeschmissen, weil ich dachte, da macht er was. Und deswegen passt das immer gut zusammen und das hat ja was. Esoterik halt. Ja, esoterik halt, genau. Ich knall dir gleich eine. Also ich habe ein bisschen anderen Herlauf bis zu diesem Treffen in Brockdorf, weil ich komme aus einer sehr reaktionären, adeligen Familie mit einem bürgerlich-konservativen Vater, der allerdings relativ früh mir erklärte als Kind, warum der Schaum auf dem Neckar leider nicht so lustig ist, dass ich damit Pusteblume spielen konnte, sondern ein Problem. Also er hatte so einen konservativen Zugang zu ökologischen Problemen, aber um Gottes Willen nicht verbunden mit irgendeiner Kritik des Kapitalismus, sondern das war so ein bisschen fortentwickelt und teilweise sogar etwas fortschrittlicher als der blöde Klappauf rum. Und mit den Vorträgen bin ich aufgewachsen, weil ich immer als ältestes Kind sozusagen der Gegenstand des Übens war, ob die Leute ihn bei Vorträgen oder im Fernsehen denn verstehen würden. So gesehen war das, ich war relativ froh, als ich von zu Hause wegkam und keine Vorträge mehr hören musste. Nein, Quatsch, ich habe da auch einiges gelernt, aber auch als Grundlage der Auseinandersetzung, weil dann ja Dinge kamen, also sozusagen mit dem Vorverständnis kam ich rein 1974 in die Anti-AKW-Bewegung, in die Auseinandersetzung mit Atomstaat, mit Kapitalismus, mit internationaler Arbeitsteilung und all dem Zeug. Und ich wusste schon, dass es diese rechten Ökos gibt, die traf man da auch gelegentlich und wir schmetterten die ab, weil wir die Hegemonie in dieser Bewegung hatten als unterschiedliche linke Strömungen. Aber dann kam ja auch in der Gründungsphase der Grünen, kam so ein Ökofaschist wie Gohl, den wir dann innerhalb des ersten Jahres rausjagten, der so Sachen sagte, wenn die Menschen anderswo, also die anderen Populationen, das sind jetzt keine Heuschrauben, sondern er meinte Black oder People of Color, wenn die zu viel werden anderswo, dann muss man die notfalls eben auch mit der Atombombe vernichten, das fand er ganz in Ordnung. Also das zieht sich ja durch und mich wundert heute bei der Auseinandersetzung, das reißt mich auch hin und her in der Vorbereitung von Vorträgen, dass ich heute ständig auf Sachen stoße, nicht nur was wir vor 35 Jahren schon geschrieben haben und die Leute haben die Dringlichkeit nicht verstanden, was ja einfach so ist und dann kann man weinen und sich zurückziehen oder einfach weiterkämpfen, sondern auch was für Achsen es gibt, die bis heute reaktionäres Denken und faschistisches Denken transportieren und wie viel besser die organisiert sind nach 45, als das linke Ansätze waren, die irgendwie immer zerschlagen wurden, neu angefangen, zerschlagen wurden, neu angefangen und die neuen Bewegungen nichts daraus gelernt. Es gibt ja, dazu kommt noch Ost-West-Sozialisation als unterschiedliches und ihr werdet verstehen, dass sozusagen meine Erfahrungen sich dann aus der Erfahrung in dem ersten Teil meines Lebens mit der alten Bundesrepublik befassen. Und das ist, wo man manchmal im Momenten redet mit Leuten und ich muss mich dann auch zusammennehmen und sagen, ich rede jetzt mit einem 20-jährigen Menschen, der guten Willens ist, aber diese ganzen Sachen nicht wissen kann. Ich habe keine Lust, jemandem das Ohr abzukauen und für längere Texte habe ich ja meine Bücher, wo ich das erklären kann, wie das zusammenhängt und woher das kommt, dass die Faschisten immer so gut organisiert sind und das Ernst Jünger und Mohler und die konservative Revolution, die neue Rechte mit vorbereitet, wo ihr oder jüngere Leute vielleicht nur Namen wie Höcke oder Kubitschek kennt oder vielleicht den unsäglichen Elsässer. Aber wie lang die Achsen sind, wie wohlfinanziert und wie strikt organisiert und wie gut vernetzt hinein in Staatswesen, in Politik, Parteien, in die Aufsichtsräte von Banken, in die Eigentümerkreise und so weiter, dafür gibt es nicht unbedingt ein Bewusstsein, sondern es fängt ganz oft an in solchen Gesprächen, das ist ja neu und das ist jetzt entstanden. Nein, es ist nicht entstanden, es sind die Ruinen einer elendlangen deutschen Geschichte. Und ich habe vor kurzem einen Streit gehabt im Frankfurter Stadtparlament mit einem Juso, der mir kurz vorher noch, oder war es ein Grünling? Ich weiß nicht, ein junger Mann, der mir kurz vorher noch erzählte, er kam aus der linksradikalen Szene in Frankfurt, er erzählt das hier keinem, ich weiß nicht, ob er noch in den Landtag will, der dann in einer Diskussion plötzlich sagt, ich erzählte, was vor vier Jahren war, der sagte, scheiß mich nicht voll mit den vier Jahren, das ist schon so lange her. Ich dachte, Junge, mit dir würde ich gerne mal über deutsche Geschichte nicht reden. So, das war jetzt irgendwie eine Vorrede, die nicht unbedingt hätte sein müssen, aber mehr war gerade danach. Ich habe mir überlegt, oder das, was mich bezogen auf die Fragen, die Thomas gestellt hat, die Antworten, die er gegeben hat, die analytischen Elemente seines Textes, was mich heute sehr massiv beschäftigt, ist der Zustand der Bewegungen, auf die viele so falsche Hoffnungen setzen und das will ich einleiten damit, dass ich sage, wer, also ich habe die These, dass diese Krise, die Wirtschaftskrise, die wir gerade erleben, schon sehr lange geht, dass sie eigentlich mit Unterbrechung mindestens seit 2004 geht. Das krisenhafte des Kapitalismus liegt noch darunter, ich meine jetzt sozusagen die offensichtlichen Verwerfungen und dass es in einen langen Zustand geht, den, wenn man ihn vergleichen würde, 2007 bis 2022 mit der Weltwirtschaftskrise von 29, die gut auch ein paar Jahre, nicht nur eins gedauert hat, dass man da schon sehen würde, wie unterschiedlich geschichtliche Abschnitte sind und wie schwach es ist oder wie fehlerhaft es ist, wenn man sagt, ich vergleiche jetzt das mit dem, also die Nazis von heute mit den Nazis von früher. Alles hat andere Erscheinungsformen, auch die Gegenseite aus der Geschichte gelernt und versucht, andere Verläufe zu organisieren, um den Zugang zu den Hirnen zu haben und zu der Art Vermittlung, Ideologieproduktion eben. Wer die Krise bekämpfen will, das als erste These, wer die Krise bekämpfen will, ohne den Kapitalismus abschaffen zu wollen, befördert die Barbarei. Es gibt, und jetzt will ich nicht romantisierend sein, etwa im 19. Jahrhundert gab es diese Mischung aus Kämpfen, Niederlagen, aus so viel Lage der SPD, großer Druck, Sozialreform, also die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Wir sind in keinen vergleichbaren Verhältnissen, weil die Lage so zugespitzt ist, weil der Kapitalismus einen am Punkt ist, in dem er einen großen, vielleicht sogar den größten Teil der Menschheit in den Abgrund reißen könnte, durch Weltwirtschaftskrise, durch den Zustand der Natur, durch die Klimakatastrophe, die ja da ist. Und nicht nur Klimawandel oder es wird wärmer oder irgend so ein Käse, sondern ruinese Zustände, wohin man guckt. Ihr kennt die Bilder von Nigeria, vielleicht ewigen Bilder von Bangladesch. Ihr wisst, dass Inseln schrumpfen, dass auch welche untergehen. Denn das ist hauptsächlich erstmal die ärmsten, die armen Menschen und großen Bevölkerungsteilen auf der Welt betrifft, während man hier noch glaubt, dass man sich notfalls auf den nächsten Hügel retten kann oder gleich so baut. Vielleicht werden auch irgendwann die Grundstücke auf Sylt billiger, ich weiß es nicht. Das sind ja marginale Folgen. Und wenn das so ist, dann sind soziale Kämpfe, die nicht auf die Abschaffung des Kapitalismus zielen oder nennt es irgendwas, also radikale Veränderungen, dann sind die für den Arsch. Sie verschaffen den herrschenden Zeit für die Rettung ihrer Privilegien. Und Thomas hat die schwimmenden Städte schon erwähnt. Es gibt, ich habe skurrile Bekannte manchmal, die manchmal Dinge sagen, die in ihren Kreisen so diskutiert werden. Und das war gleich am Anfang von Corona, Privatflugzeuge auf Inseln, die gekauft wurden. Da waren die schon Panik, bevor auch bei uns überhaupt nur von Pandemie gesprochen wurde. Und es gibt ganz viele andere Lösungen. Also es ist längst abgeschoffen. Und mit der Krise zum Beispiel, es gibt so kleine Vorzeichen, als diese Krise von 2007 begann, gut, man hat sie wahrgenommen 2008, 2009 in Deutschland, war das in Frankfurt sofort so, dass die herrschenden Kreise, die stinkreichen Leute, die Kapitaleigner, ihre Restaurants verlagert haben oder geschlossen gemacht haben. Die haben sogar ihre Markenkenzeichen von den Autos abgenommen, weil sie wussten, jetzt könnte es Volksabstand geben, gab es natürlich nicht. Aber wir ziehen uns ein bisschen zurück, damit wir aus der Aggressionszone kommen, die da entstehen könnte. Das heißt, sie sind manchmal richtig schlau mit dem, was sie glauben, was auf sie zukommt und es ist dann so traurig, wenn die Bewegungen das nicht in der gleichen Zuspitzung erkennen. Die Modernisierung des Kapitalismus ist insofern lebensgefährlich und vergrößert den Zusammenbruch der Welt, mehr Wachstum, mehr Überproduktion und so weiter. Und das geht ja weiter. Es gibt ja keinen Stopp. Es gibt ja keinen Eingriff. Es gibt ja noch nicht mal das Thema in Linken oder in Klimakreisen, dass man in die Produktion eingreifen müsste. Das Maximale ist Stopp der Kohlenutzung. Aber es gibt keinen Eingriff in die Produktion. Es gibt noch nicht mal eine Reflexion über die Arbeitsbedingungen der Menschen da. Es gibt kaum eine Verbindung außer so Sprüche wie soziale Gerechtigkeit, der Auseinandersetzung mit dem Produktionsverhältnis oder nur den Arbeitsbedingungen der Menschen. Es geht auch nicht darum, um Jobs aufzugeben, nicht um Rückzug und Nische. Es geht auch nicht darum, unter Brücken zu schlafen, zu verzichten und zu verhungern. Es geht darum, ob man die Unterstützung durch reiche Erben, also Stichwort die Stopped-Oil-Geschichte, Klima-CFF, die Getty-Millionen habt ihr vielleicht mitgekriegt aus dem Nachlass der Familie, die die Ölproduktion hatte. Also der Familie Getty gibt jetzt einen Nachlass und diese Erben fördert Extinction-Rebellion und Stopped-Oil und dann fliegt eben Kartoffelpampe auf irgendwelche Gemälde und dann ist die Revolution schon da. Also dieser Blödsinn, dieser Infantile. Man muss auch nicht glauben, dass man, indem man Stipendien der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat oder sich irgendwelcher Kopierer in Parlamentsapparaten bedienen kann, dass das schon die Arbeit an der Abschaffung des Kapitalismus ist. Ich meine damit explizit nicht, dass man diese Stipendien nicht annehmen soll und dass man nicht einen freien Kopierer benutzen soll oder sowas, das braucht man ja, sondern man soll sich und das ist sozusagen das, worauf ich hin will, keine Illusionen darüber machen, wie unglaublich radikal das ist, was man da gerade tut und in Wirklichkeit ist es doch millionenweit und den ganzen Kosmos weit von den realen Problemen entfernt, die da kommen. Graduelle Schritte, die nicht auf die Abschaffung des Kapitalismus zielen, zumindest in der Ferne, sind letztendlich reaktionär. Die brauchbaren Schritte können klein sein. Also ich rede jetzt nicht gegen kleine Schritte, vernünftige Sachen zu machen, aber wenn man sie nicht überprüft, ob sie in ihrer Qualität und ihrer Zielrichtung, in ihrer Dynamik, die entfaltet werden könnte, auf das große Ziel der Abschaffung des Kapitalismus und dessen, was dazu gehört, gerichtet sind, dann sind sie ziemlich unbrauchbar. Ja, sie können klein sein und nützlich sein, also eine Lesung, ein Zentrum, wobei ich gedacht habe, ich komme in so ein versifftes Alternativzentrum, so gemütlich, wie die immer sind und hier ist ein Schloss, also ich bin schon erschüttert, aber immerhin kann es euch keiner wegnehmen, das finde ich ziemlich gut. Eine Aktion gegen Nazis, das sind alles gute Sachen, die will ich überhaupt nicht, damit mich da einer missversteht, aber sie müssen ein großes Ziel haben und das Richtige befördern, dürfen gewissermaßen in alter Sprache der Revolution nicht im Weg stehen. In diesem Sinne gibt es keine erfolgreiche Reformpolitik als Strategie, es gibt Reformpolitik, die nicht wehtut, es gibt welche, die sogar punktuell nützlich ist, wenn Bodo Ramelow etwa die Kolonia Dignitat in Chile besucht und auf die Unterstützung der deutschen Politik für eine faschistische Sekte und die Unterstützung der deutschen Regierung damals für die Junta Pinochés hinweisen, das ist ein Inruf, ist das eine gute Sache, aber weiter führt es nicht, das zielt nicht auf die Abschaffung des Faschismus, der nicht als Automatismus im Kapitalismus enthalten ist, sondern als Potenzial, also keine gesetzliche Wirkung von Stufenschritten, sondern es ist ein Potenzial, was darin immer schlummert, solange ökonomische Machtmittel nützlich sind, braucht man nicht unbedingt Kriege und wenn der Kapitalismus die Welt, die zwei Springquellen des Reichtums, die Arbeit und die natürlichen Ressourcen auch so hemmungslos plündern kann, unter anderem dank der verteidigingspolitischen Richtlinien der deutschen Bundeswehr, aber das nur eine Nebenbemerkung, solange ist das auch gut. Aufklärung, für die Aufklärung über die Verankerung des Faschismus in der deutschen Gesellschaft hat es nur eine mäßige Wirkung, da sind manche kurz geschockt und dann vorbei, es geht nicht tiefer. Die Dynamik der gegenwärtigen Großkrise ist von Einzelnen nicht zu brechen, die Krisendynamik ist so gewaltig und betrifft so große Teile der Welt und ein Windrad kann keinen Gletscher vom Spalten abhalten. Das Einzige, was nützt, das Einzige, was wir tun können, ist eine reflektierte, analytisch bestens qualifizierte emanzipatorische Bewegung zu unterstützen, zu gucken, dass es die gibt, immer wieder zu überprüfen, sich heftig zu streiten. Ich habe keine Freunde in meinem engeren Kreis, keine politischen Freunde, Thomas, eingeschlossen, mit denen ich mich nicht über die Jahre immer wieder auch gefetzt habe und das war zu gegenseitigem Nutzen, jedenfalls hoffe ich das Gegenseitige. Dazu braucht es Analysenzentren, wie diese unbedingt Organisierung und reflektierte, bewusste Aktionen. Was es nicht braucht, sind Bewegungen mit hohem Anteil von Infantilisierung, nichts dagegen aus Sprechfaulheit ein Transparent-Transbi zu nennen. Aber wenn plötzlich alle Wörter mit Baby-I enden, würde ich langsam skeptisch werden. Der Irrationelle ist von Teilen der Bewegung, aber auf den komme ich noch. Wenn ich höre, und das ist ja verbreitet von Teilen von Fridays for Future bis hinein in die bürgerliche Welt, in die schreckliche Mitte. Wir Menschen haben das Klima versaut. Wir Menschen müssen verzichten lernen. Wenn ich das höre, weiß ich, okay, da ist kein Klassenbewusstsein, keine, nicht mal eine gesellschaftskritische Analyse, nur Nebel im Kopf und Flanke offen für jede Form der Diktatur. Der Kapitalismus ist am Ende. Das ist möglicherweise keine gute Nachricht, wenn sein Lebensabschnittsende in den Faschismus überführt. Am Ende zu sein, heißt ja erst mal nur, was kommt dann zu fragen. Länder, die in Fluten untergehen, Länder, die an Schulden zerbrechen, und das wäre ein Kettenreakt zu sein. Auch die Länder, viele Staaten, die jetzt noch stabil sind, werden daran zugrunde gehen, dass ihre Gläubigerstaaten, denen sie mal Geld geliehen haben, das nicht mehr zurückzahlen können und dass da gar nichts zu holen ist, außer einen Ausverkauf, der vielleicht schon stattgefunden hat. Die Rückkehr einer unübersehbaren Menge von faschistischen Regierungen, etwa in Europa, Thomas hat Georgia Meloni erwähnt, ich habe mir ein paar Reden von dir angehört, bis ich dann auf eine ganz kurze bei YouTube gestoßen bin, kurz vor der Wahl oder am Tag der Wahl war die da veröffentlicht, die im Kern zeigt, wie vielfältig die Gesichter und wie gefährlich modern Gesichter des Faschismus sind. Das zeigt ja auch ihre rotzige Tour, mit der sie sich Berlusconis wünschen, was bestimmte Personalien angeht, widersetzt hat, wo alle sagen, wow, toll, eine emanzipierte Frau. Und die kriegt ja auch Lob, weil sie eine Frau ist von Ursula von der Leyen, aber bei der wundert mich nichts und es gibt Gratulationen von Scholz. Aber wenn ihr euch diese Rede, die irgendwie ganz, ganz kurz ist, wo sie nur sagt, mit großer Leidenschaft und Innsbrund auf den Kern modernen faschistischen Konzepts gebracht, ich bin eine Frau, das lasse ich mir nicht nehmen. Klar, wohin das geht, es geht Richtung Transfantlichkeit, queer und so weiter, Transphobie, der Hass auf Schwule aller Art, auf andere sexuelle Identitäten und so weiter. Ich bin für die Familie, die lasse ich mir nicht nehmen. Sie sagt das noch viel martialischer. Ich will das gar nicht so nachmachen. Das ist ganz klar, da ist alles drin, das Frauenbild von der Reproduktion, Kinder gebären müssen, der Kampf gegen Abtreibung und so weiter. Ich lasse mir die nationalen, ich bin Italienerin, ich lasse mir die Nation nicht nehmen. Und so geht es weiter. Es sind fünf oder sechs solcher Kategorien, in denen ganz klar wird, sofort klar wird, wo die große Überdeckung ist, die große Überschneidung ist mit etwa den faschistischen Konzepten der evangelikalen Rechten in den USA, mit bestimmten moderneren Teilen, wenn man das so sagen kann, das Wort modern ist ja meistens positiv konnotiert, verstehe ich immer nicht ganz egal, mit moderneren Teilen von faschistischen Gruppen auch in Deutschland und auch in anderen Ländern. Das heißt, wenn man die Bilder darüber hat, dass nur Männer in was weiß ich in einer bestimmten martialischen Ausrüstung Faschisten sein können, dann wird man diese Frau nicht einschätzen können. Das heißt, auch da hat sich unheimlich viel gewandelt und man muss den Kern analysieren, um hinterher zu kommen. Also zu sagen, wir sind schuld, was für eine Entlastung der Täterinnen, der herrschenden Eliten im Kapitalismus. Klimakatastrophe ist eine kapitalismusgemachte Katastrophe. Jetzt überlegt mal, wann ihr zum letzten Mal aus jungen, ökologisch interessierten Kreisen oder der Klimabewegung das Wort Kapitalismus gehört habt. Vielleicht noch nie, weil die das nämlich nicht sagen, außer ganz kleine, sehr linke Gruppen, die dann aber auch relativ schnell an die Seite gemobbt werden, die sagen System Change. Und was heißt das? Gar nichts. Null Aussage. Warum wird das nicht ausgesprochen? Weil auf oppositionellen Denken und Sprechen ein immenser Druck liegt, der sich nonverbal vermittelt. Stigmatisierung, Ausgrenzung, geringere berufliche Chancen. Das geht schon darüber, wenn ich weiß, irgendeine junge Aktivistin schließt sich den Grünen an und will da was werden, dann weiß ich, dass es zu Ende mit ihr ist. Weil die Mechanismen, die da wirken, sind gerade bei den Grünen so ausgefeilt, weil man ja selber vor ein paar Jahrzehnten noch Opposition war. Man weiß genau, wie man mit jungen Leuten reden muss und wie man sie auf Linie kriegt. Man zerbricht sie nicht, man macht ihnen Angebote und das funktioniert. Und dann sind sie in Positionen, wo sie mit schöner Regelmäßigkeit mir, wenn ich mit den Streit erkläre, ja, aber da habe ich doch viel mehr Möglichkeiten. Wenn ich dann frage, wozu, kommt nicht mehr so viel. Stigmatisierung, Ausgrenzung, geringere berufliche Chancen, kein Stiftungsstipendium, Jobverlust, Oberimpfung, wenn das alles nicht klappt und die aufmüpfig bleiben, Repressionen, Falina oder viele andere Fälle, die gerade vor diversen Gerichten stehen. Es gibt keine öffentliche Diskussion in Deutschland über die Grundlagen von Wirtschaftskrise und Naturzerstörung. Keine. Es gibt nur immer die Ableitung zur Nebendiskussion, die an den Kern der Sache nicht reingehen. Kapitalismus wird behandelt wie ein Naturgesetz, an das man nicht rankommt. Das ist aber auch nur Geschichte. 500 Jahre alt zwar, aber auch nur Geschichte. Wer sich mit Geschichte nicht beschäftigt, dem mag das vielleicht so erscheinen. Der Kapitalismus ist gerade und zwar über die Welt verbreitet, sehr ungleichzeitig dabei. Guckt euch Meloni an, guckt euch die älteren Sorten wie Bolsonaro an oder der ist eher so ein Berlusconi-Typ und so weiter. Kapitalismus ist dabei, sein faschistisches Potenzial auf der Welt zu entfalten, auf unterschiedliche Art und Weise, die das Verstehen für jüngere Menschen manchmal sehr schwierig macht, weil es doch so schrecklich unterschiedlich aussieht und braucht doch nicht so sehr wie eine kluge Gegenmacht. Wenn mich einer fragt, was manchmal vorkommt, ob ich ein erfolgreiches Rezept für diese Gegenmacht oder für Widerstand habe, sage ich immer nein, weil das immer oft die konsumistische Erwartungshaltung ist. Wenn ich ein solches Rezept liefern könnte, ja dann würde ich ja mitmachen, aber du musst mir das garantieren, dass es auch klappt und dass wir dann ganz viele sind in so einem Raum oder bei einer Demo für richtige radikale Forderungen. Und so eine Leute, von denen ist nichts zu erwarten, die sind noch nicht gedanklich hinterm Ofen vorgekommen. Also was wir können, ist wenigstens ohne Angst zu sagen, was ist, ohne an die Gefahren oder den sozialen Preis zu denken. Das ist schwierig und das gelingt auch nur kollektiv. Unter anderem auch deswegen bin ich froh für jedes Zentrum, weil ich weiß, dass es gerade in mittelgroßen Städten wahnsinnig wichtig ist, einen Ort zu haben, gerade dann, wenn einem nicht mehr weggenommen werden kann. Wenn das alles sozusagen einigermaßen sicher ist für eine gewisse Zeit, wo man nur noch gucken muss, dass man nicht zu gemütlich wird und noch weiß, worum man das Ganze macht. Aber solche Orte sind furchtbar wichtig und es gibt mittelgroße Städte, die solche Orte nicht haben und da merkt man das ziemlich gleich. Da gibt es bestimmte Zusammenhänge, linke Art überhaupt nicht. Wie verrückt die Sachen sind. Ich bin ja auch nebenbei im Kommunalparlament in Frankfurt und das ist meistens ziemlich ätzend. Ich will euch nur ein kleines Beispiel nennen für die Verrücktheiten von Anforderungen und Widersprüchen. Es gibt einen Platz, den müsst ihr gar nicht kennen, der heißt Paul-Ernsberg-Platz, der ist vor Jahrzehnten gebaut. Damals haben wir und andere Gruppen gesagt, ein Platz, der nur aus Steinen gebaut ist, wo alle Hecken weggenommen werden, damit die Junkies nichts zum Verstecken haben, wo keine Bäume oder nicht genug hingestellt werden, weil irgendein Blick getrübt sein könnte. Ein solcher Platz, der aber abwaschbar ist, taugt nichts, ganz simpel taugt nichts in Zeiten, in denen die Städte heißer werden. Das war so 20, 30 Jahre her. Jetzt wird der Platz dauernd umgebaut, aber niemand redet mehr davon, dass die Polizei in dem Gremium mit drin war, was damals beschloss, dass die Hecken weg müssen, deswegen die Vögel auch verschwanden und dass nicht so viele Bäume hin dürfen, damit sich Leute nicht verstecken können oder Blicke nicht getrübt werden. So und dann verschleißen sich Leute in einem Kampf um diesen Platz oder wie kürzlich gemeldet wurde, irgendein Fahrradweg in Berlin, ich habe jetzt vergessen, wo und welcher, in welchem Stadtteil, kann jetzt gebaut werden und die Initiativen, die Verkehrsinitiativen sind ganz stolz, weil sie alle 15 Jahre um diesen Fahrradweg gekämpft haben. Und meine erste Reaktion war nicht zu sagen, Glückwunsch, habt ihr toll gemacht, sondern zu fragen, was hättet ihr in diesen 15 Jahren alles tun können. Also das Verschleißen im Klein-Klein. Ich finde ja, dass man das Leuten überlassen kann, die nicht mehr wollen. Also ich finde Sozialdemokraten, wenn sie nett sind, sind ganz prima dafür, Stadtteilnachbarschaften zu aufzubauen und so Sozialarbeit zu machen. Wozu hat man die netteren Sozis denn? Aber wenn man eine Strategie haben will und Kapitalismus abschaffen will, sollte man sich sehr genau strategisch überlegen, wofür man seine begrenzte Lebenszeit und mit wem in welchen Bündnissen ansetzt und immer wieder überprüfen, ob diese kleineren Schritte und die Analyse noch stimmen, ob die in einem vernünftigen Verhältnis stehen, was brauchbar ist für das große Ziel. Und das geht immer wieder verloren, weil die Menschen natürlich auch müde werden. Also wenn sich die Herrschenden und Profiteure den Ursachen nicht stellen, weil sie zu Recht um ihre Privilegien fürchten. Also man kann das ja alles verstehen, dass diese ganze politische Mitte und die Bourgeoisie so eine Diskussion nicht führen will, weil das Ende wäre für sie ganz schrecklich. Erstens in der Erkenntnis und wenn die sich durchsisst, dann vielleicht auch in den Konsequenzen. Dann hat das ja Gründe. Sie verschärfen Repression und also wie gesagt, die ganzen Prozesse, die laufen und die Formen der... Also es gibt ja eine systematische Verfolgung und Einschüchterung von jungen Leuten, die alles das nur durchhalten. Wir alten Säcke kennen das ja schon. Die das nur durchhalten, wenn sie sich gemeinschaftlich organisieren. Diese Auseinandersetzungen sind alleine emotional, psychisch und intellektuell nicht zu stemmen. Man braucht da die anderen. Und natürlich die Herrschenden markieren Sündenböcke. Also wenn man schon nicht oft über das Eigentliche reden kann, dann muss man die Schuldigen suchen. Und das sind dann Geflüchtete oder erst mal sind es immer Arme, die selbst an ihrem Zustand schuld sind, weil sie sich falsch ernähren, das falsche Fernsehprogramm gucken und was sie nicht alles falsch machen und keine Ahnung haben, wie man Kinder erzieht und überhaupt viel zu dick sind. Das kennt ihr massenhaft. Die sind erst mal erledigt und dann wundert man sich scheinheilig, dass die nicht mehr wählen, würde ich da auch nicht. Dann sind die Sündenböcke natürlich immer geflüchtete und rassifizierte Menschen, Black People und People of Color. Dann sind immer über Verschwörungstheorien kodiert oder nicht kodiert immer dran Jüdinnen und Juden. Dann immer Menschen mit abweichendem Verhalten. Das geht von, was weiß ich, körperlichen Behinderungen und besonderer Intensität, von Versorgung notwendig, machenden Krankheiten bis hin zu allen möglichen anderen abweichenden Verhalten und sei es nur kulturell. Und insgesamt natürlich ist auch Sündenböcke linke politische Opposition, weil die ja das Gute und Schöne und Wahre und das bessere Leben verhindert durch ihr ständiges Kritisieren. Das ist auch der eigentliche Grund, warum die kolonialistische Phase, das ist nur ein Beispiel des deutschen Kapitalismus, in ihrer Tiefe und Grauenhaftigkeit nicht gelehrt wird. Die kommt nur kurz in der Schule vor und ganz oft kommen die Kommentare. Aber die Engländer waren schlimmer. Wenn ich dann sagen würde, in manchen Ländern waren die Engländer nach einer gewissen Zeit besser als die Deutschen, dann gucken die Leute ganz erstaunt. Nur wo der internationale Druck groß genug ist, werden ein paar Benin-Bronzen zurückgegeben. Nach 100 Jahren und nur ein Dutzend, glaube ich, oder zwei Dutzend. Aber die werden dann auch gleich als Leihgabe dargelassen im Deutschen Museum. Aber nicht, dass der Reichtum Deutschlands ganz massiv auf der Plünderung der Kolonien aufbaut, das ist überhaupt kein Thema. Und die Weltkriege in dem Zusammenhang und die Arisierung schon mal gar nicht. Also woher der Reichtum kommt? Na bitte, da wird vielleicht mal veröffentlicht, dass eine Familie irgendwie Zwangsarbeiter gehabt hat und dann zahlen sie einen kleineren Betrag und dann hört man die Balsenerbin und dann weiß man wieder, dass gar nichts gelernt wurde. Kapitalismus bedeutet Mehrwertproduktion, Profit, Konkurrenz, Überproduktion, Unterwerfung, vor allem unter die Verwertungsinteressen des Kapitals. Alle Ebenen arbeiten ihm zu, also Staat, Justiz, Handel, Medien, Verbände, alles was ihr euch denken könnt. Und dann gibt es ja Bereiche, in die man eine Zeit lang vielleicht falsche Hoffnung, romantische Illusionen gesetzt hat, wie etwa die deutsche Kulturszene in einigen Abteilungen. Aber in welchem Maße die inzwischen von Antisemitismus zum Beispiel, also im Sündenbock-Gedanken von Jüdinnen und Juden durchdrungen ist, hat man ja spätestens mit dieser elenden Documenta gesehen. Bis in subkulturelle Milieus hinein, das war vor den 1970er Jahren, wenn ich jetzt nicht meine Vergangenheit verkläre, noch wirklich anders, bis sozusagen die andere Musik, das andere Theater, die andere Kultur von Subkulturen oder Sub-Sub-Subkulturen sozusagen zur Ware wurde. Das geht heute total fix. Ein guter Auftritt von irgendeinem Künstler, wo man sieht, die Massen jubeln, dann ist der sozusagen schon eingekauft. Es gibt kaum noch Zeit, Dinge zu entwickeln, die nicht konsumierbar sind. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Ich wollte es nur mal gesagt haben, wie schnell die Dinge nicht mehr autonom sind, sondern im Korsett des Kapitalverhältnisses landen. Also immer sich zu überlegen ist, dass man die Dinge so störrisch, sperrig macht und anbietet, dass sie im Kopf wenigstens zu Erkenntnisprozessen führen. Die Entwicklung des Kapitalismus hat einen Punkt erreicht und das ist anders als vor 35 Jahren, an dem es hier und da zwar mal etwas Positives zu vermelden gibt, also Bolsonaro ist vielleicht abgewählt. Fände ich eine schöne Nachricht, ohne mir Illusionen über Lula zu machen. Aber der Kapitalismus ist in der uns bekannten Form am Ende. Es gibt in ihm und mit ihm keinen menschfreundlichen Fortschritt auf breiter Ebene mehr. Er kann seine zerstörerischen Kräfte selbst nicht mehr zügeln, sondern die verschiedenen Kapitalfraktionen zum Beispiel sind in einer dynamischen Konkurrenz miteinander, Wachstum, Überproduktion mit allen Folgen. Die kann er stoppen, weil es da keinen Staat gäbe. Diese Naivität haben ja traditionelle Linke oft. Der Staat kann das stoppen, aber dabei ist er sozusagen nur der ideelle Gesamtkapitalist, der ihre unterschiedlichen Interessen miteinander vermittelt und einen Ausdruck dafür findet, wie man die am besten durchsetzt und wie man die Verwertungsbedingungen für die Kapitalfraktionen, die maßgeblich sind, am besten durchsetzt. Also da kommt nichts. Und wenn aber diese zerstörerischen Kräfte nicht mehr zu zügeln sind, dann müssen wir, und Thomas hat da einige Beispiele für gebracht, mit mehr Kriegen rechnen, dann ist Atomgefahr nicht naiv und unrealistisch. Dann sind die Verschiebungen weltweiter autoritärer Staaten und deren Vergrößerung, etwa die Beziehungen zwischen China und Afrika, die ich ganz besonders interessant finde in dem Zusammenhang. Und die Nationalismus, also die falsche Form von Abwehr, von Einflüssen, die schrägen Diskussionen, die jetzt etwa um den Hamburger Hafen und den Einkauf von Anteilen laufen, da gibt es ja nur idiotische Diskussionen. Und es gibt fast immer eine dritte, vierte und fünfte Position, die man mit einigem Nachdenken einnehmen kann. Aber auf den Nationalismus hat Thomas auch schon hingewiesen, der diese Diskussion im Allgemeinen dominiert. Wenn also der Kapitalismus seine zerstörerischen Kräfte nicht mehr zügeln kann und keine Staaten sind, die das tun, auch noch nie getan haben, sondern weil sie sich nach seinen Interessen richten, dann haben wir ziemlich interessante Zeiten vor uns. Es gibt ja immer noch trotzdem in traditionellen linken Kreisen die unauswortbare Vorstellung, dass der Staat nicht ideeller Gesamtkapitalismus, sondern dass man alles nur verstaatlichen muss und dann ist alles ganz prima. Aber das kommt mir so vor, als hätte man eine Vase, in die man nur andere Blumen stecken möchte, die dann aber vergiftet werden von den gleichen Strukturen. Andere Formen der Vergesellschaftung wären also zu diskutieren. Gibt es keine wachsende emanzipatorische Bewegung, kommt noch mehr Konkurrenz und Rattenrennen, auch innerhalb der Teile, die eigentlich ansprechbar wären für den Kampf gegen Faschismus und Kapitalismus. Geladen von völkischen Anteilen, rassistischen Anteilen, religiösem Wahn, Nationalismen, das sieht man etwa bei Wagenknecht, den letzteren Punkt ganz deutlich. Das muss ich, glaube ich, nicht ausführen. Also die Frage am Schluss, in welchem Zustand ist die Bewegung? Und da möchte ich ein neues Beispiel kurz erzählen und dann Schluss machen. Weil wie kann man diese Auseinandersetzung führen? Wie kann man dafür sorgen, dass die Menschen bei Verstand bleiben, dass sie dazulernen, dass sich in die Lage begeben werden, intellektuell zu erfassen, was gerade passiert, wenn Teile der Bewegung, die missverständlicherweise für fortschrittlich gehalten werden, inzwischen komplett durchgeknallt und dem Wahn verfallen sind. Und da als eine, die viel so ökologische linke Sachen gemacht hat, gucke ich, wie ihr wisst, das habt ihr bestimmt alle gelesen, meine wunderbaren Texte über Extension Rebellion in der Konkret. Wer sowas haben will, kann mir hinterher immer schreiben, ich schicke das dann gerne zu. Aber da gibt es neuere Entwicklungen. Es gibt einen Sprecher von Extension Rebellion, der vieles von dem, was ich heute kritisch angemerkt habe, auf einen grausamen Punkt bringt. Der heißt Rupert Dread und ist vielfacher Kandidat der Grünen Partei in England und Sprecher von Extension Rebellion, ganz lange gewesen, gehört zu dem Gründungszirkel um Roger Hallam und Gail Bradbrook und so weiter. Also all diese, die sich sozusagen mit Geld des Kapitals hingesetzt haben, was gegründet haben, um dann weltweit Massenbewegung zu inszenieren. Und dann irgendwie Blut in jüdische Gedenkbrunnen in Köln kippen oder sich ständig ankleben. Patex muss eine wahnsinnige Umsatzkurve haben. Oder eben wie Kartoffelpampe auf Gemälde schmeißen und Tint da so tun, als ging es nur darum, dass da Glas vor war und nicht um die Symbolik auch. Also Rupert Dread war kürzlich, und das hat mich so, die Dinge machen mich manchmal noch wütend, ja. Rupert Dread war gerade eingeladen letzte Woche bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin. Und man denkt ja immer, wenn man schreibt und sich so abmüht und das alles liest und übersetzt und sich stundenlang Vorträge von irgendwie so einem Knilch reinzieht und dann darüber schreibt, dass irgendwie alle geimpft sind, intellektuell dagegen. Und dann kommt dann eine Rosa-Luxemburg-Stiftung, die manchmal auch vernünftige Sachen macht, aber eben auch schreckliche, wie eben den BDS zu unterstützen und mit den schlimmsten christlichen Antisemiten zu paktieren, wie dieser Michael Brie, der eine maßgebliche Rolle bei der Stiftung spielt und so weiter. Sondern jetzt kommt noch was dazu, sie nehmen die Warnung nicht ernst, sie lesen das gar nicht, es interessiert sie nicht. Rupert Dread wird eingeladen als Referent und das ist einer, der hält Vorträge, in denen er, also für Schülern zum Beispiel und jungen Studenten, in denen er den Leuten sagt, ich übersetze das mal, ich fürchte, einige von euch werden nicht alt werden. Ich fürchte, also mit so einer Wanderprediger hysterische Stimme, es wird wahrscheinlich noch schlimmer sein, viele werden früh sterben und du siehst die Kids da erschrecken. Dann sagt er auch, was er sich ideologisch bezieht, das muss man jetzt alles gar nicht ernst nehmen und dann sagt er, Ökologie, die Rettung der Natur, ich meine das ist ein Sprecher von Extension Rebellion und jetzt Referent Rosa Luxemburg, sagt, man muss das Recht auf Bewegungsfreiheit überprüfen. Dieses Land, er meint England, es war ein Vortrag irgendwo in England, kann sich nicht selbst ernähren, wir müssen Nahrungsmittel in anderen Ländern kaufen, wir haben keine Food Sovereignty, also keine Unabhängigkeit in der Ernährung, wir haben nicht genug zu essen und es gibt keine Food Security in der Welt, auf die wir uns zubewegen und dann sagt er, das ist, gucken, ob ich das Zitat gleich finde, das ist eine sehr riskante Situation, das ist eine Frage der nationalen Sicherheit. Und dieser Neo-Malthusianer, der er ist, sagt dann, wir brauchen eine Mobilisierung in England, wenn wir überleben wollen, die der Weltkriegsmobilisierung ähnelt. Und dann sagt er noch, um erstmal schon Schaden abzuwehren, muss man dafür sorgen, dass die Einwanderung nach England begrenzt wird, wegen der Lebensmittelknappheit und wegen der Natur und der Rettung der Natur und so weiter. Also es sind ökofaschistische Positionen vom Feinsten, die manchmal kodiert und manchmal brutal offen formuliert werden und so jemand wird dann von dem einzigen sogenannten Think Tank, den wir als Linke im breitesten Sinn in diesem Land haben, eingeladen, um Vorträge über Ökologie zu halten. Ich war mal bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, weil ich mich mit denen streiten wollte, was eine der skurrilsten Erfahrungen meines Lebens war, mit diesem Vorstand zu streiten. Zwei Leute waren nett und Michael Brie ging immer hin und her wie ein gereizter Löwe und war aufgeregt, dass ich da überhaupt sein durfte und am Schluss sagte er, wir haben doch ökologische Projekte. Und ich sage, sag mir bitte ein Beispiel und er sagte zu einer alten, schon etwas traurig aussehenden älteren Genossin, sagte er, sag doch du und dann erzählte sie was von einem Ökodorf irgendwo in Vorpommern oder so. Und jetzt kommt Michael Brie und davor die BDS-Leute und es sind noch mehr, ich will die gar nicht alle ausbreiten. Das heißt, wir haben, auch wenn man Extension-Rebellien und meine Kritik, die ich jetzt nicht wiederholen müsste, außer er möchte es unbedingt wissen, diese ganzen Warnsysteme, diesen Hass auf Juden, diesen Ökorassismus, diese autoritären Vorstellungen gesellschaftlicher Formation, wenn das sich da breit machen kann, wenn das finanziert und gefördert wird in dieser Klimabewegung, dann kann man die vergessen. Dann ist die ein Teil sozusagen der Vorbedingung für noch mehr faschistische Entwicklung. Es gibt welche, die das einfach noch nicht sehen, mit denen kann man sich ja auseinandersetzen. Was aber extrem verbreitet ist in dieser jungen Bewegung ist, der Hass auf Kritik. Ich mache das ja gezielt und ich provoziere ja gerne und ich versuche Twitter immer, wenn ich irgendwelche Entwicklungen mitkriege, einen Tweet abzusetzen in vermeintlicher Harmlosigkeit, der etwas aussagt, wo ich weiß, da gehen bestimmte Leute hoch und dann sagen sie in Wut das, was sie wirklich denken. Das passiert dann auch gelegentlich und funktioniert als Aufklärung ganz gut. Aber wie viel es davon gibt, die inzwischen, und das letztes Wort, sagen, dass Kritik zerstörerisch ist. Also wer das sagt, sagt, ich will nicht mehr denken. Es gibt keine Entwicklung politischen Bewusstseins ohne gerade, ohne möglichst qualifizierte, aber radikale, grundsätzliche und im besten Sinn rücksichtslose Kritik. Die gibt es nicht. Aber in diesen jungen Kreisen ist stark, das gab es schon immer in linken Szenen, aber stärker jetzt als je zuvor verbreitet, wenn du mich kritisierst, willst du mich verbieten. Dann willst du meine Meinung zensieren. Das haben die voll drauf. Und so wird eine Bewegung blöd und unbrauchbar für das, was eigentlich zu tun ist. So, und jetzt höre ich einfach auf. Dankeschön. Applaus